Bei mir ist jetzt Professor Yon-Chun Koh, Chefarzt und Leiter des Onkologischen Zentrums Bonn-Rhein-Sieg. Welche Hoffnung bringen solche Geräte, wie wir Sie eben gesehen haben, Herr Koh? Also wir sind ganz froh, dass wir sogenannte Positron-Emissionstomografen haben. Sie helfen uns in der Ausbreitungsdiagnostik von Tumoren. Sie helfen uns zu sehen, sind Metastasen da oder nicht. Und wichtig ist, dass diese Positron-Emissionstomografen letztlich eingesetzt werden bei der Diagnostik von Lungenkrebserkrankungen, dann in Einzelfällen bei der Erkennung von Lymphknotenkrebserkrankungen. Aber die Indikationen sind sehr eingeschränkt. Heute ist ja Weltkrebstag. Lassen Sie uns mal drauf schauen, was hat sich getan? Was hat sich Positives getan in den letzten Jahren in der Krebstherapie? Also es hat sich wahnsinnig viel getan. Ich sage es immer wieder, es ist eigentlich eine Revolution. Wir haben an die 100 neue Substanzen bekommen, die nichts mehr mit Chemotherapie zu tun haben. Auf der einen Seite ist das Immuntherapie-Politische Konzept. Das war bis 2000 völlig inakzeptabel schlecht. Das ist so gut geworden. Wir haben heute Medikamente, die ganz gezielt Krebsgene ausschalten können. Und hier kommen jeden Monat neue Substanzen. Das finde ich schon wirklich, wirklich sehr erstaunlich und wirklich gut für unsere Patienten. Also hat sich viel getan. Apropos neue Medikamente. Es gibt da eins in der Schublade von BioNTech, kennt man jetzt auch durch Corona. Das soll ein Wundermedikament geben, gegen Krebs sein, individuell arbeiten. Wann wird es das auf den Markt geben? Also wenn ein Wundermedikament angekündigt wird, werde ich wiederum etwas skeptisch. BioNTech entwickelt ganz, ganz viele immunologisch wirksame Medikamente und bringt die peu a peu jetzt in die Klinik herein. Wann das Klinikreif wird, weiß ich nicht, aber das wird sicherlich noch ein, zwei Jahre dauern. Es sind spezielle Zeiten jetzt mit Corona. Es kann sein, dass ich jetzt eine Krebsdiagnose bekomme in dieser schwierigen Zeit und mir Sorgen mache. Mensch, die OP wird verschoben wegen Corona. Ich kriege nicht die bestmögliche Therapie. Ist diese Sorge berechtigt? Nein. Die Krankenhäuser sind alle so eingestellt, dass wenn Patienten mit bestimmten Verdachtsdiagnosen kommen, sie die optimale Diagnostik und Therapie auch wirklich zeitnah bekommen. Vielmehr ist das Thema, dass die Patienten, die Menschen, ich habe schon so gesagt, wenn sie Beschwerden haben, die vielleicht länger als zwei, drei Wochen gehen und die Menschen kennen sich ja selbst am besten, dass sie dann wirklich zum Hausarzt gehen und der ist so alert, dass er schickt sie dann weiter zum Facharzt und dann vielleicht, wenn es dann sein muss, zum Onkologen. Das geht nach wie vor reibungslos und gut. Jeder kriegt das, was er braucht. Jeder kriegt das, was er braucht und auch schnell. Er muss nur bitte selbst den Mut haben, zum Arzt zu gehen, wenn er sich nicht gut fühlt. Sie hatten vor ein paar Monaten vorhergesagt, dass viele Menschen eben nicht den Mut haben und nicht zum Arzt gehen und die schweren Verläufe in Krebs jetzt zunehmen. Ist das eingetreten? Ja, das ist wieder ein bisschen eingetreten, weil wir haben nach den Feiertagen, also nach Weihnachten, Neujahr wieder gesehen, dass wir plötzlich mehr Patienten haben mit schwersten Bluterkrankungen und fortgeschrittenen Tumorerkrankungen. Das ist praktisch wie so eine Welle gekommen. Das äppt jetzt wieder ein bisschen ab. Die Leute, denen geht es insofern nur schlecht, weil sie sagen, ich bin müde, ich bin schlappig, kann nicht mehr. Und damit kann man halt drei, vier Wochen auch mal ins Land gehen lassen, bevor man dann zum Arzt geht. Das heißt, wenn man sich selber merkt, da verändert sich was in mir, einfach zum Arzt mal gehen. Wie betreuen Sie im Moment die Menschen auf Distanz? Wir haben ja in den Krankenhäusern sehr gute Hygienekonzepte, Masken. Wir werden ständig getestet, sodass wir eigentlich eine sehr, sehr hohe Sicherheit haben für die Patienten. Natürlich sind wir auch High-Touch, wir sind auch am Patienten dran, vermeiden aber unnötige Berührungen, unnötige Nähe. Aber das funktioniert schon mit den Hygieneregeln ganz gut. Vielen Dank für das Gespräch, Professor Kuh.